Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein The New Colossus. Ja, ich dachte, oh fuck, oh fuck, oh shit, 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 okay, alles klar. Shit, okay, was wollte ich sagen, Alter, ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge in Wolfenstein, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich musste jetzt schon ein, zwei Leute auseinander nehmen, denn ich hatte vergessen, die Aufnahme zu drücken, aber ihr habt nichts verpasst. Ihr habt ja gesehen, der letzte wollte noch unbedingt auf Kamerabild sein, Mensch, geiler Typ, ey. Naja, so, wir können weitermachen an dieser Stelle und natürlich, wie immer, Leute, danke für euer Feedback. Danke für eure Unterstützung, für euren Support für dieses Projekt an die Leute. Meine Güte, ich dachte, zu dieser Zeit wären diese komischen Handys gar nicht erfunden worden. Na gut, alles klar, kleine Unterbrechung. So, Leute, jetzt können wir aber wirklich weitermachen, hoffentlich ungestört. Ach, das ist schon das Level gewesen. Ach so, guck mal, so schnell kann es gehen. Grace, ich habe den Atomsprengkraft. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Ähm, Sad, ich habe ihn schon geprieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich. Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Sad! Hm? Sad! Ja, Herr White? Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Gott? Ja, viele Male, viele Male. Oh, wow. Und was hat er gesagt? Ich warte immer noch auf seine Antwort. Oh, warum? Mist. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas erklären, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen? Ich habe Straßen am Himmel gesehen. Finger weg! Licht, das sich zwischen Galaxien erstreckte. Und da waren diese, diese symmetrischen Farbenmuster, durch die ich mit Lichtgeschwindigkeit raste. Und es wirkte, als hätte sich die Realität zusammengefaltet und ich würde irgendwie die Dimensionsschranken durchbrechen und konnte alles sehen. Nur, dass es mich nicht mehr gab. Ich meine, ich war nicht ich selbst. Das ist sehr interessant, ja. Und, und, ich konnte diese, diese Lichtmuster sehen, die sich als Wurzeln zu dieser unendlich gigantischen Form erstreckten. Wie, wie ein Baum, aber größer als das, als das gesamte Universum. Und dann, und dann, dann hörte ich was. Eine, eine donnernde Stimme im Zentrum meines Bewusstseins. Und dieses, dieses Wesen, diese Form, sagte nur ein Wort. Welches? Besucher. Besucher. Nur dieses eine Wort. Besucher. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Aha. Das, das ist der Baum des Lebens. Die zehn göttlichen Präsenzen. Oh ja. Die zehn. Was? Diese Vision. Wie haben Sie sie erhalten? Oh, also in einem Traum. In einem Traum. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Ah, ich habe nur wenige verständliche Bücher darüber. Oh, oh, oh. Also, hören Sie gut zu. Lesen Sie das. Das ist ziemlich wichtig. Wenn Sie etwas finden, oder Ihnen etwas auffällt, sagen Sie Bescheid. Haben Sie mich verstanden, Junge? Danke. Alles klar, Seth. Weiter so, Herr Wyatt. Okay. Danke. Weiter so. Was zur Hölle ist hier los? Oh, Mann, ey. Gut. Ähm. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mit Grace reden, oder? Was ist unsere Aufgabe? Ja. Ja, 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 ja. Sie haben bestimmt eine Menge verrückter Träumer, oder? Was Sie schon alles erlebt haben. Mann. Mein Philosophie-Dozenten in Harvard hätte das umgehauen. Krass, 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 krass. Ähm, wo? Hier, glaube ich, schlank. Ja. Er ist da einmal kurz im Kreis gelatscht. Äh, hier. Hockt er immer noch im Klo? Das hört sich so an. William? Was? Ich hab das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anja. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hä? Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt noch mal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Nun, die Toilette geht. Speschi, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-Zweihubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galvesten. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Bleiskewitsch, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein, die Kinder nicht groß zu ziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, fahre ich bestimmt auseinander und nichts passt mit zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Oh, Mann. Ich habe es versaut. Ich habe sie gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Alter. Hey. Hey. Was geht? Vertraulich. Hacker-Zentrale. Ist eine wirklich nette Bude hier, Bruder. Peace. Jo, Schwester. Peace, yo. Peace, yo. Scheiße. Was ist los, Handy? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Oh, Leute, 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 Leute. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Die haben doch diesen Wissenschaftler, Seth, glaube ich. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe oder sowas. Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreiz stören. Und diese scheiß Affenkatze oder was auch immer das ist, ist verdammt gruselig. Und du dachtest, dass mit Super Spash in New York wäre abgedreht gewesen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie er und sein Vater in der Wüste nach Außerirdischen gesucht haben, fast verdurstet sind und wegen der ganzen Blasen ins Krankenhaus mussten? War schwer, nicht loszulachen. Mir fehlt New York manchmal. Das war zwar eine radioaktive Hölle voller Regimeschweine, aber es war unser Zuhause. Wenigstens ist es hier sicherer. Jeder Tag, den wir überleben, ist ein Sieg. Verstehst du? Na klar. Na klar. Oh, nice. Nice, nice, nice. Ja? Nix, Alter, darf ich hier nicht durch... Gar nix, Schwester. Peace, yo. Was wollte ich denn sagen eigentlich? Achso, ja, gerade wo ich die gesehen habe, wie sie da am Tippen sind und alles so richtig Hacker-Shit betreiben. Ich habe mir vor kurzem einen Film besorgt. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch nicht den Namen im Kopf, aber da geht es auch um drei schwarze Frauen, die bei der NASA geholfen haben, die ganzen Flugbahnen und so zu berechnen. Das war richtig krass. Vielleicht hat der ja jemand schon von euch den gesehen oder sowas. Da muss ich gerade dran denken. Der Trailer war schon sau nice. Ich habe richtig Bock auf den Film. Aber ja, im Moment ist es halt irgendwie fast nur working, working, aufnehmen, aufnehmen. Obwohl es für viele natürlich keine Arbeit ist, aber es ist halt so. Naja, egal. Nicht die alte Leier wieder hier. Das kennen wir doch schon alles. Tanke den Hubschrauber auf. Ja, aber warte mal. Legende? Wahrscheinlich oben, oder? Wahrscheinlich, oder? Missionsziel? Ich steche den Regimeschwein in das Messer. Nein, das war ich schon. Das ist mein Ding. Mein Ding ist es, die Leute abzustechen. Was soll denn das? Willst du mir jetzt die Freude auch noch schnappen, oder was? Wo bin ich hier, oder? Was hat sie denn da? Das ist schön, oder? Hört euch das mal an, oder? Hört ihr den? Ich will gar nicht weinen, Larch. Das ist voll interessant. Ich habe gesagt, warum weinen, wenn jemand dein Leben rettet? Sie sind echt knallhart, Ritwa. Ja. Ey, das sind, für mich sind das hier, zum jetzigen Zeitpunkt, und bisher, und wahrscheinlich wird sich das auch nicht ändern, Nebenfiguren. Aber die sind so, trotzdem so gut vertont, finde ich. Mann, 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 ey. Da sollten sich, wie gesagt, andere Spiele mal eine Scheibe abschneiden. Vor allem auch nicht irgendwie auf den Trip kommen. Jo, ist nur eine Nebenfigur. Lass mal die unfähigen Leute sprechen, weißt du? YouTuber, Möchtegern-Stars, oder... Keine Ahnung, ey. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Mach dir keine Sorgen. Erinnert mich an den Bombenabwurf. Tief unter der Erde. Gefangen. Mamas Hand. Ich habe sie ganz fest gehalten. Denk positiv. Es gibt keine Strahlung, kein Regime, vor der Welt versteckt. Hier sind wir sicherer als je zuvor. Ich weiß, das ist irrational, Huey. Aber ich kann nicht anders. Dieses Gefühl zu ersticken, als ob sich der Staub in meinem Hals zusammenklumpt. Die Witze der ersten Welle. Die Schreie. Die verdammten Schreie, Mann. Hey, komm schon. Atme. Versuch zu atmen. Alles okay, Schwester? Geht schon. Geht schon. Ich muss mich einfach dran gewöhnen. Alter, die einen Psychoblick drauf. Dann bringen wir den Vogel mal zum Flehen, wie du es es wollte. Moment mal. Konzentrier dich auf die Aufgabe. Was, was? Ach, Max, Alter. Geiler Designer. Hi, Mr. Hi, Boldo. Boldo. Was geht, Boldo? Wie atmen denn da so schwer? Hä? Was denn? Boldo hat von New York gehört. Sehr schlimmer Ort. Boldo redet gerne in dritter Person von sich. Hä, Boldo? Bonjour, Monsieur Blazkowicz. Bonjour, je m'appelle. Wie ist es in New York? Je m'appelle BJ Blazkowicz. Dumme Frage. Egal. Gut, gut, gut. Aber ansonsten liegt hier nichts, oder? Keine Starcarts oder so was? Hallo, Mr. Boldo. Muss ich hier rüberklettern? Ne. Liegt hier unten noch was? Das ist doch normalerweise immer so eine kleine Stelle, wo vielleicht irgendwas liegen könnte, oder? Na gut, alles klar. Yo. Ach, geil. Ja. Kann man das auch machen, ey. Entweder betanken, oder Leute töten damit. Das ist ja auch nicht. Den Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Ja, BJ ohne Scheiß, oder? Ich find's nicht in Ordnung. Ich find's nicht in Ordnung. Ich mein, Grace, ja, offensichtlich weiß die, wie man Leute fühlt und so, oder? Aber... Wir sind BJ, weißt du? Oh, kann man den Nachfolger, was ist gut? Das fühlt sich jetzt schon an wie zu Hause ketten. Freut mich. So muss es sein. Weiter machen, Bruder. BJ soll sich nicht so unterkriegen lassen. Es ist scheiße, es ist scheiße. Die Situation ist richtig beschissen. Aber ich kann's nur wiederholen. Nicht nur, dass, äh... die ganze Welt davon abhängt. Hey, Blazkowicz. Hey. Sondern auch seine Kinder. Seine Frau. Das ist halt einfach besser. Mehr Motivation kann man nicht haben. Mehr Last kann man aber auch nicht auf den Schultern tragen, oder? Was ist das denn? Hat die sich einen durchgezogen? Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber... Hey, kleiner Stern, Mann. Bist du kitzelig, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Hast du mich erschreckt? Guck, ich lese hier gerade... schwere Kost. Und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreisemann. Okay? Max, alles? Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden, und... Du würdest das nicht verstehen. Max Hass! Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Max, das ist es! Wie hast du... Brauchst du in der Zentrale bereit. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig heiß. Das Boot hat Atomraketen und ich hab ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Wuh! Alles klar, Boss! Ja! So macht man das! Coole Sache! Gefällt mir! Also hier. Spessy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Spessys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? Nur Mexiko, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Hm? Hm. Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben. Sie wurde gebaut von den Daatjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit tausend Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße. Das wird Spashy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdische. Hat 47-mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar. Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen Hohentiere ab. Das Regime hat ihn in Ihren Unterschlupf verlegt, Z. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus. Legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blazkowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren sie nach Roswell. Treffen sich mit Super Spesh in Papa Joes All-American Diner. Und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay Blazkowitsch, suchen Sie nach Papa Joes All-American Diner. Dort treffen Sie es Super Spesh. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Alter, ihr miesen, dreckigen Schweine da vorne. Ich muss mich hier umgucken, das geht gar nicht anders. Sie haben guten Geschmack, Amerikaner. Sehr gut. Sie gehören jetzt zu uns, als Untertanen des Kanzlers. Ich hoffe, Sie fühlen sich diesem Land und seinen wunderbaren Einwohnern zugehörig. Ja, natürlich so. Auf jeden Fall. Ein kleiner Ratschlag von mir. Sie erleben einen neuen Aufbruch Amerikas. Sie haben eine Wahl in dieser neuen Welt. Denn die Zeit wird kommen, in der sich, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Äh, natürlich, Sir. Gut, sieh da. Wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, ähm... Ja? Ähm, 19? Ja, raus damit. 1948? Mein Gott. War das richtig? Nein, falsch. 1949. Das war eine Operation zum Wohle Ihres Landes. Wann betrat Hans Armstark den Mord? 1953? Nein, das ist falsch. 1950? Ich habe genug gehört. Das reicht mir. Oh, es tut mir leid. Ich muss noch so viel lernen. Strengen Sie sich mehr an. Das werde ich, Sir. Tut mir leid. Leute, dieser Soldat hier hat fucking nochmal die Synchronstimme von Nathan Drake. The Star Spring All Daily. Roswell Kinoprogramm. Zeit für den Wandel. Die Rettung des Westens. Die wahre Geschichte der Erogerung des Westens. So wurde er der... So wurde er den mordlustigen Indianern aus ihren blutbefleckten Händen gerissen. Filme über eine gewöhnliche Verkäuferin an gemischtwaren Händen, der dafür kämpft. Seine Landsleute von der Überleg... Alter! Das ist so ein richtiger Propagandafilm. Und sowas gab es ja wirklich. Joe und der Roboter. Und während der Befreiungskriege stellt sich ein amerikanischer Partiote, seine Roboter und seinem kommunistischen Chef entgegen, der eine Belegschaft verschiedener Herkunft zusammenstellen will. Amerika, die neue Ordnung. Hade Lindes epische Geschichte über den von unserem geliebten Kanzler angeführten Befreiungskrieg, der das Ende von Tyrannei und die Anführung der neuen amerikanischen Ordnung zur Folge hatte. Liebe in Zeiten des Terrors, ein kraftstrotzender germanischer Soldat und eine wunderschöne amerikanische Reporterin verliebten sich, stecken aber nach dem terroristischen Bombenanschlag einer Abweichler in der U-Bahn fest. Nun droht ihnen der Tod und ihnen bleibt nur noch wenige Stunden, um zu entkommen. Krass. Krass, 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 Leute. Alter, das ist krass hier. Das ist so, ich weiß nicht, so stimmungsvoll einfach direkt. The greatest terrorist hunter protecting you from them. Unfassbar. Gut, Leute, wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Es ist eine krasse Stimmung hier. Ich meine, gut, hier haben sie dann die Straßen abgedichtet, so dass sie nicht mehr weiter... Zurück, Bürger! Ja, 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 ja. Zurück, sofort! Ja, 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 ja. Das ist krass Was soll man dazu sagen Na gut, Leute, wie gesagt Wir machen dann beim nächsten Mal weiter Wenn ihr Bock habt auf die schnelle neue Folge Unterstützt den Kram hier Das Let's Play Und wir hören uns beim nächsten Mal, Leute Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel bis hierhin findet Ich find's Ich find's echt geil Es macht spielerisch sehr viel Laune Aber die Story ist auch sehr interessant Und auch die Atmosphäre, die Stimmung Die Umsetzung Setting Das gefällt mir richtig gut Muss ich einfach mal so sagen, wie's das war Gut, das war's, haut rein, tschüss